Ich bin einfach random noch mal in den Raum rein, weil ich dachte, vielleicht killt Shai dich da oder so. Ja, Terse rennt raus, ich kill, Terse kommt wieder rein. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Alles klar. Boah, Hammer, ne? Was ne geile Runde, das war echt sehr, das war total unterhaltsam, ne? Hat so viel Spaß gemacht. Da wollte ich erst killen jetzt. Aha, Julie tot. Mhm. Hm. Jeff, hast du gerade Vivi gebissen? Das geht nicht. Hey, ich leb doch noch. Geht doch nicht. Äh, nicht Vivi, Julie. Ich bin oben an der Blättertaste, hab meine Blättertaste gemacht. Du bist doch gerade vom Admin-Table weggelaufen, oder? Ja, aber ich bin jetzt aber schon oben an der Blättertaste, hab die gerade fertig. Und Terse war am Admin-Table, als ich ran bin. Genau, ja, mit Franz. Und Jeff war da, glaub ich, aber auch. Und Franz hier noch. Ich war da, aber ich bin schon lange weg. Ich bin jetzt oben bei der Blättertaste. Das erste. Greenhouse. Peter? Wo bin ich jetzt? Du warst vorhin am Admin-Table, mit mir, Smalu, ich hab Jeff da noch gesehen. Ja. Aber Smalu ist mit mir am, äh, Upload. Äh, ja. Ja. Stimmt. Ich würd Katze dafür rausnehmen. Ich kann Smaggy rausnehmen. Könnte auch ein Warlockkill gewesen sein. Ich kann Smaggy nicht rausnehmen. Dann müsste Warlockkill auf Terse sein. Nein, nein, bei mir ist keiner umgefallen. Ich steh mit Smalu am Upload. Ich hab jemanden getötet. Ja. Ja, Shushi und ich waren oben links. Äh, Shai war oben links mit mir am Innenreaktor. Und, äh, dann ist irgendwann auch noch Mini-Dalu dazugekommen, ohne dass ich die Schleuse gesehen hab. Ich war vor dir schon drin. Ich war links im Raum. Ja, ja, das stimmt. Also wenn der Nice-Gester einfach mal Vampir auf Jeff machen will. Nein, nein. Tu's nicht. Nice-Gester nicht. Tu's nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber ich will das. Drei, zwei, eins. Der Evil-Gester kann das ruhig machen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Oh ja, der Evil-Gester kann noch Vampir auf ihn machen. Drei, zwei, zwei. Jetzt mach ich aber wirklich. Der wird safe das machen, glaub ich auch. Ja, es stimmt. Ich erklär euch mal, was passiert ist, ja. Ich stimmt mit Vivi am Admin-Table und Julie ist umgefallen. Plopp. Vivi hat sich nicht bewegt, glaub ich. Das sah aber schon wieder ein bisschen komisch aus. Ja, ich stand leider die ganze Zeit mit meinen Zahlen dran. Was? Ja, ja. Und ich kam halt hoch und jetzt zwei standen auf der Leiche. Und ich hab mich gefragt, will hier keiner reporten? Er ist geplatzt und dann hab ich ein bisschen überlegt. Oh Gott. Ich seh immer komisch aus. Könnte auch einfach Vivi gewesen sein. Vivi könnte auch von mir sein. Nein. Und wenn ihr neben stehen bleibt. Doch, das geht auch. Ja. Ja, oder? Ah, und Smaggy's Arsonist übrigens. Okay. Wer ist denn der Mann im Discord, den du da gepostet hast? Das soll mein Onkel sein. Das ist Onkel. Ja. Ja, ja, das seh ich. Okay, also wir sind mit Dalu im Poster. Und Dalu ist Child. Sprich, er hat einen sehr hohen Krill-Cooldown. Wait, warte mal. Hat er... Hat er jetzt schon einen hohen Kill-Cooldown? Oder... Nur am Ende, wenn er ausgewachsen ist. Was? Der erste war's. Äh, bitte was? Der erste hat Vlesk vor mir umgebracht. Oh, das ist aber lieb von ihm. Warst du ehrlich? Ja, ich hab ihn vorhin geküsst. Ah, also... Also direkt über mir liegt noch eine Leiche. Die ist gerade geplatzt. Wie die geplatzt ist, das weiß ich nicht. Irgendeine Lava gewesen war? Der erste hat getötet? Nee, die sind nacheinander geplatzt. Okay. Also, find ich komischer Call jetzt. Weil ich bin grad vom Up-Metable weggelaufen und dann liegt da die Leiche und du hast jetzt reportet auf einmal. Den hast du grad umgebracht. Du bist da rauf gehüpft. Nee. Doch. Also, ich kann Sarkuri rausnehmen. Ein Flauschehörchen steht vor der Schleuse und bewegt sich auch. Kann also kein Warlock sein. Ja. Scheiße. Ich wollt den beißen. Dann lag da Knoblauch. Fuck. Oh, da lag Knoblauch. Fuck. Er hat gesagt, entweder hat Vivi Geller getötet oder es war ein Warlockkill oder Jeff ist Vampir. Aber in ungedrehter Reihenfolge. Wer steht denn da eigentlich an den Kabeln? Also, zwischen Office und Admin? Und ich wollte auch Schein töten und nicht flisken. Perfekt. Weil an der Person ist die andere Leiche geplatzt. Oder direkt daneben. Ja, deswegen hätte die Person das auch sicher gesagt. Ja, aber Terz ist ja drauf gehüpft. Der andere ist ja geplatzt. Ich bin nicht drauf gehüpft. Ich bin nur weglaufen und dann lag da eine Leiche und du hast jetzt reportet. Ich hab aber nicht gesehen, was da passiert ist. Ich hätte jetzt dich noch nicht mal beschuldigt eigentlich. Ja, bist du da reingelaufen und Terz hat in dem Moment gekillt oder bist du reingelaufen und Terz hat dann erst gekillt? Aber roll ich nicht das Licht aus oder seht ihr alle? Ich hab gestanden und oben... Ich hab das richtig schnell angemacht auf jeden Fall. Ich hab halt gar nichts gesehen so. Ah, du hast gar nichts gesehen auf einmal? Das Licht war ja auch aus gerade. Hast du Sunclasses da, Lu? Ja, Shai, jetzt hast du nicht verraten, ne? Nee, aber das Licht war halt wirklich aus. Es war den Großteil aus, aber vor Reports vor drei Sekunden oder so wieder. Ja, ja, das stimmt schon. Nee, das war Terz. Aber sie könnte natürlich auch Jester sein. Mach dir den Push, das hast du hart. Wir haben ja alle einfach sagen immer Con-Artist. Das ist immer... Vertraut mir, finde ich. Ja, vertraut mir, finde ich vertrauensunwürdig. Wir brauchen einen Beweis. Ja. Ja, aber der Push auf Terz ist schon verlockend. Ja, schon, das verstehe ich. Das ist schon krass verlockend. Das ist schon ein bisschen krass. Also, Frank, das geht ja jetzt gar nicht immer. Kann ich ihn rausschmeißen? Nein. Nein. Ja, Jeff, meldest du dich freiwillig? Ja, Jeff, was ist denn das hier? Hä? Was ist jetzt Freches? Der arme Terz. Ja, wollte ich sagen. Also, so geht das ja hier nicht, ne? Nur ein Vote? Okay, das ist... Das war irgendwie traurig, Leute. Siehst du, das bin ich. Irgendwie bist du ins Tast, ne? Dass da nur ein Vote kommt. Ja, das stimmt. Ist das Beweis jetzt? Hallo? Nee. Achso. Hihihihihi. Scheiße. Hm. Fuck. Dieser scheiß Knoblauch, den habe ich halt hier nicht gesehen, ne? Den habe ich nicht gesehen. Hallo, JD. Grüß dich. Hallo, Niki. Ah, ja, danke Vivi. Danke. Echt korrekt, Vivi. Wie? Weißt du denn noch, wer ich bin? Ja, der JD. Na? JD, oder nicht? Oh, ich hab die erste gefunden. Ah, wenn er nicht gevotet wird... Sie ist echt Chester! Versteht, versteht. Okay. Sie ist echt Chester. Aber, Vivi, wenn du Sheriff bist, ist... Bin ich nicht. Ich hab aber... Nee, ich hab den Sheriff killen sehen, aber ich will den Sheriff nicht outcallen. Okay. Aber, Jeff, wenn du Sheriff bist, ist Vivi trotzdem Politiker? Es war nicht Jeff. Es war nur eine dritte Person bei uns. Wir sind einfach weitergelaunt. Und wie kamst du... Aber wenn das eine dritte Person war, woher weißt du denn dann instant, dass der Sheriff ist? Weil er Terste umgeballert hat und Terste sass war. Und was ist, wenn wir Jakar... Haben wir Jakar? Ja, darauf geh ich jetzt halt einfach mal nicht. Ich glaube nicht, nein. Und mir kann man vertrauen mit dem Korb. Wir haben keinen Jakar. Ich vertraue dieser Person nicht. Oh, Junge. Okay, okay, okay. Die eigene Glaubwürdigkeit. Zwei Meetings in Folge untergraben ist aber auch wild, ne? Also... Aber jetzt mal... Ja. Also Dalu, es können ja eigentlich nur noch Katze und Smalu sein, ne? Die, die jetzt da geschossen haben, wenn die... Ich hab nicht geschossen. Wir müssen noch nicht herausfinden, wer es ist. Hallo Tiny. Aber wir müssen... Wir sind auch immer noch nicht sicher, ob überhaupt geschossen wurde, oder? Ja, ja. Also wer getötet wurde, ja. Aber kann auch ein Messer gewesen sein. Also doch, ich sag's jetzt, wie's ich. Ich hab da drauf geschossen. Warum? Na, als Sheriff Terrence saß. Ich wollte eigentlich die andere Person am Anfang killen, aber dann so... Terrence. Und dachte mir so... Mein doch nicht. Und dann dachte ich mir so... Oh, guck mal. Ne, Terrence. Guck, guck. Netter Mann. Hallo Sophia. Netter Mann. Hallo Steffi. Ihr wart nicht gesteckt. Du warst ja nicht mal komplett im See. Lichtkegel. Als ich das gemacht hab. Du hast aber mehr Vision als ich. Naja, wenn wir aufeinander stehen. Ne, Jeff ist ein Goodie. Also, da stand niemand. Hm. Du weißt auch, dass er dir einfach was schreiben könnte im Loverchat, Baby, ne? Da könntest du sagen, er ist Leiter, aber in Wirklichkeit ist er Imposter. Ich hab keine Lover. Franzi hat relativ wenig gesagt. Da hab ich keinen Klick mit. Franzi, bist du Killer? Ne, dann wär ich tot. Ne, ich nutz nur davon. Ich wär auch als erstes tot. Ja, eben. Franzi, Franzi ist safe. Jo. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Einfach so ganz random. Ja, ganz im Ernst, ja. Wollt ihr ein Video haben? Wie die Arschbacke zuckt? Vielen Dank an Hako für den Follow. Vielen, vielen Dank. Noch lachen sie alle, aber gleich werden sie alle vom legendären Dalu gegessen. Ja, ich muss sagen, ich hab da gerade bei dem Kill einiges nicht gerafft. Zum einen hab ich nicht gerafft, Leitz ist aus. Deshalb dachte ich, Shai hätte den Kill gesehen von Dalu. Deshalb hab ich Vles gekillt. Ich wollte aber Shai killen und ich hab den Knoblauch nicht gesehen. Also das war eine absolute Katastrophe. Wieder vor der Deacon und ich hab wieder keine Ahnung, wie es war. Oh nein, der Sheriff ist tot. Ich hab die Sub-Nachricht auch vorgelesen und vielen, vielen Dank gesagt, ja. Warst du nicht da? Ja, wenigstens haben wir halt einen Impost raus. Dann haben wir auch Schakal. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht... Nach dem Bohlen. Echt, hat der eine Arschbacke auch so gezuckt? Ich glaub auch nicht bei Elf. Ja, wir haben Schakal. Sehr gut. Ah, okay, gut. Dann wollen wir jetzt, Franz. Ich hab Speed-Internet. Vor der Deacon. Ich hab grad das Licht angemacht. Was hast du? Entschuldigung. Hallo, Sarah. Grüß dich. Ich bin ganz normal aus dem Y-Longelag. Ich bin ganz normal den Weg lang gelaufen. Ganz normal? Von deinem Pol noch ein Video? Nee. Aber sonst normal. Okay. Das gibt's dann auf Orni-Fans, ne? Irgendwann mal vielleicht. Ja, ich hab Licht gefixt. Hallo, Mini-Finity. Ich war davor im Cafeteria und Balkon. Haben wir denn eine Info, wie lange die Leiche tot ist? Vielleicht hilft mir das. Scheiße, Mann. Also, sie hat mich ein bisschen zu früh gekillt halt, ne, leider. Ich weiß nicht, ich war mit Rui und Malu oben, Reaktor Lab, und die haben da ihre Tasks gemacht und ich bin im Prinzip direkt wieder umgekehrt. Franzi hat keine Tasks. Ich hab keine Tasks, nee. Glaube ich auch nicht. Nee. Und dann hab ich da Katze gefunden. Die Armkatze. Katze würde ich nicht töten, aber Franzi schon. Hallo? Also, Franzi würde Katze töten, das meine ich. Das, ja. Stimmt. Aber diesmal nicht, weil ich war das. Also, Terzio war ja safe im Poster. Dadurch ist Schossi ja auf jeden Fall safe. Onlyfans-Name. Also, das haben wir. Wir haben noch keine Onlyfans. Ich bin da auch nicht. Betonung liegt auf noch. Eine Person, eine andere Person. Ja, aber ich hab's. Und danach wurde die Person getötet von einer anderen Person, die jetzt tot ist. Wir haben keine. Ja, aber feine Katze ist wirklich auf uns zugekommen. Der stand bei uns in der Nähe, Terzio, und hat draufgeschossen. Das würde er ja so nicht machen. Ich glaub das dem auch. Und der hat ja nicht gelogen. Das sagt ja immer die Wahrheit. Sei denn Jeff oder du, sind halt Maid. Oder die Halbwahrheit. Ich bin nicht Maid mit Jeff. Wir haben keine Lover. Franzi, ich wollte dich nicht. Wir haben keine Lover drin. Okay. Okay. Dalu. Was? Das war ja offensichtlich nicht gut. Franz, ich habe nichts mit Jeff. Das kann ich nicht gewesen sein. Franzi, glaubst du uns selber nicht. Genau, ich zieh grad um, ne? Ich zieh grad um. Ja. Hallo, The Pet. Du Legende, wie geht's dir? Alles gut? Schön, dass du da bist. Oh, fuck, man. Ich hätte so gern jetzt noch länger gelebt. Oh. Wegen dem scheiß Knoblauch hier. Weil dann hätte ich nämlich less gegessen, äh, also gebissen. Und, ähm. Dann sähe die ganze Sache schon wieder anders aus. Aber du bist halt einfach schlecht. Das ist richtig, ja. Ich sag dir gleich, ich bin auch, äh, schlecht. Ja. Ja, 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 ja. Oh, ich hab, ich hab, ich hab reportet, ich hielt die Runde. Natürlich jetzt auch. Oder du musstest reporten. Du musstest. Nee, Dalu ist grad in der Cafeteria mir entgegengekommen und hinter ihm hatte ich einen Report-Button. Äh, wo ist Dalu dir entgegengekommen in der Cafeteria? In Cafeteria. Ich bin oben runtergelaufen. Aber ich kam nicht zur Cafeteria. Ja, ja, und dann, ich bin dir entgegengekommen. Ich war unten rechts bei diesem, ähm, Dingens einstellen. Ich weiß nicht, wie die Task heißt. Ach, eigentlich ganz gut der Tag gestern, ja. Dann hab ich Franz gekrosst und dann relativ guter Nachmut reportet. Das stimmt. Der Kind ist auf Cooldown passiert. Na, ja. Nein, aber so war's gewesen. Also, ich hab, ich bin nach oben gelaufen. Ich stand unten rechts auf dem Balkon. Das wird's jetzt gewesen sein. Ja, so weit bin ich sehr nicht gelaufen. Äh, muss jetzt gestern, aber. Ja, ich bin zu früh rausgeflogen, ne. Dalu, das war dann halt ein Bait. Ja, könnt ihr euch natürlich denken, aber ich hab dich halt gesehen, Dalu. Also, ich glaube eher, dass Franz dich versucht zu decken, weil er dein Lawyer ist. Ja, du hast mich erwischt. Ähm, es tut mir leid, Dalu. Scheiße, wie kann das sein? Aber Franz, du hast mich doch letzte Runde beschuldigt. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist, äh, die Chewbacca-Verteidigung. Scheiße. Ja. Aber wie gesagt, also, ich bin, ich bin im Y-Grade genau in der Mitte. Also, weiter, bin ich noch nicht gekommen. Wenn der Kill unten rechts in Kapitänia ist, dann kann ich das zeitlich nicht mal gewesen sein. Ich glaube, nicht mal mit einem Wend, ne. Vor allem, da ist ja keiner, denn er ist ja unten rechts lang. Nein, aber da, wo ich Franz gecrossed hab, nicht. Du musst ja im Y-Grade und erst mal nach unten rechts laufen. Über Café Taria ist ein Wend. Ja, aber wird echt knapp von der Zeit. Aber das geht. Franz, ich glaub dir nicht. Du versuchst, den zu decken. Er ist mir halt entgegengekommen. Also, wenn, dann warst du Morphling. Aber dann würde ich skippen an der Stelle, weil Tassel war immer so. Das Beste, was ich hätte machen können, als Lässt mich rausholt aus dem Wend, direkt beißen und direkt wieder reinspringen. Weil da war nämlich keiner da. Ich hab auch noch zwei Stück. Aber so schnell hab ich nicht geschaltet. Franz, vertrau mir, bitte. Ey, ich hab dreimal gehört in dieser Runde, vertrau mir. Ja, ich brauch immer nur, lass uns XY voten, vertrau mir. Vertrau mir, Brudi. Vertrau mir. Auf deinen Nacken. Okay, dann soll doch der Sheriff einfach mal schießen auf Dalu. Der ist doch tot. Ich dachte, der ist tot. Ja. Jetzt hat er's gerafft. Das hätte sie nicht sagen sollen. Jetzt hat sie's noch. Ja, er hat's jetzt gerafft, glaub ich. Oder er denkt jetzt. Ah, er denkt jetzt, äh, Jeff ist Sheriff, ne? Er wird ihn jetzt töten. Ja, ah, fuck. Das ging aber schnell da. Das war der Weg, oder? Bibi, der Sheriff. Bibi und Jeff haben mich verfolgt. Ja. Beide. Ach, Dalu. Ja, was denn? Wie du dich teleportiert hast und jetzt noch wegwenden wolltest. Ach, äh, natürlich, wenn du daneben stehst, oder was. Ich hab doch gepadet, warum soll ich denn wegwenden wollen? Du warst auf dem Wend und bist komplett von dem Wend auf Wibis Leiche teleportiert. Ich bin oben um diese Säule rumgelaufen. Nein, weil Bibi von links kam und du von rechts. Er ist aber geil gespielt. Der Cooldown ist relativ klein, oder? Ist das nicht ein Kind-Cooldown? Kind-Kill-Cooldown? Oder vertu ich gar kein Mini, oder? Doch. Wir hatten doch, aber wir hatten doch gar kein Mini. In der ganzen Runde nicht. Nein, das war letzte Runde. Bist du dir sicher? Oder? Nein, es muss, oder? Du hast diese Runde Mini. Wie lange geht die Runde denn schon? Ich hatte noch fünf Sekunden Cooldown, Dalu. Stimmt. Ja, du hattest fünf Sekunden Cooldown am Arsch, weil ich hab dir keinen Cooldown haben, weil ich nicht killen kann. Nein. Ich hab Dalu einfach kennengesehen. Ich hab Dalu kennengesehen und so. Ich? Mach was, ihr wollt, ihr wollt, Dalu. Ja, na klar, na klar. Ich dachte, du wirst eher auf mich schießen. Aber hab ich dann voll... Wen hast du jetzt gewollt, Jeff? Ja, Jeff hat mich gewollt, aber dann ist... Ich glaub, dann kannst du noch... Das Ding ist, dass Dalu ist nicht böse. Weißt du warum, Jeff? Das Ding ist, was ich machen wollte, ich wollte eigentlich, dass Dalu mich tötet, weil Vivi der Sheriff ist. Aber ich bin dann stehen geblieben und hab Vivi den Vortritt gelassen und dann hat Dalu Vivi gekillt. Aber, Leute... Und ich wollte einfach dazwischen gehen, dass ich ersterbe und Vivi dann Dalu kehren kann. Das Ding ist, wenn Dalu gewusst wäre, wäre ich schon längst falsch. Das macht keinen Sinn. Weil Vivi ist eigentlich der Sheriff die ganze Zeit gewesen und hat Terse vorhin gekehrt und nicht feine Katze. Vivi ist auch der Sheriff gewesen. Aber du bist gerade auf Dingsack teleportiert. Bin ich nicht. Aber Dalu, du musst jetzt sagen, dass du Sheriff geworden bist, weil du Deputy warst. Dann glaub ich dir. Kann ich ja nicht. Sie dachte ja, ich bin böse. Sie hat auf mich geschossen. Aber sie weiß ja nicht, wer Deputy ist. Ich mach jetzt meine letzte... Boah, er kommt noch mal raus. Ja, ich hab Jeff gewodet. Ich hab dich gerettet. Er kommt noch mal echt raus. Das wär ja ziemlich wild. Er kommt echt noch mal raus. Er kommt echt noch mal raus. Die Frage ist, wo... Da oben war er. Ja, der Kill wär jetzt nice. Oh, nice! Sind Sie die ganze Zeit Killer? Ich bin kein Killer! Franzi! Ich bin's nicht. Dann, wie sind ja zwei Leichen passiert, weil... Ja, wo hast du jetzt die eine Leiche gefunden? Warst du gerade bei mir? Oben im Reaktor. Er hat so einen kurzen Killcode. Ich wollte reingehen, da ist das Licht ausgegangen, wollte ich wieder rausgehen. Warst du wirklich nie drin, ne? Nein, also ich war nur in der Decon. 100%ig. Dann waren Franz und die andere Leiche vielleicht doch Lover. Ist Lover doch aktiv? Weiß ich gar nicht. Aber... Salu, wo warst du? Ich? Ich glaube, Ria. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob Lover aktiv ist, weil... Für mich sieht es jetzt noch Lover dann aus. Zwei Kills kann... Also... Muss ja sein. Habt ihr denn eure Tasche schon fertig? Ich hab neun von neun, ja. Und du, Jeff? Du bist neun von neun, oder? Du kleine Gaufzicke, ey! Geh weg! Was sind das denn für Fragen? Das ist ne wichtige Frage, Jeff. Ne, ich hab Klammer auf. Neun. Schrägstrich. Neun. Klammer zu. Okay, okay. Und es war ja Lights Out, ne? Was denn für ne Frage? Was hast du oben links am Reaktor gemacht? Ich bin einfach nur rumgelaufen, hab gesehen, dass Franz hier drin ist. Und dann dachte ich mir, okay... Endalo hat nachholt, ne? Komm, ist mir nach oben und hab Franz entdeckt. Franzi, was bist du? Ich bin die ganze Zeit fertig. Ich bin ein Dedic... Äh, ne, ich sag jetzt nicht. Dalu, du bist ne Legende. Ich glaube dat nicht. Du bist ne Legende. Ich hab, du mich verahnt, aber du... Darum hab dir Dalu nicht geholt. Ne, hat er dat echt noch geholt. Du bist ne Legende, ne? Das ist ihre Franzi. Dalu, ich hab dich gerettet. Ja, aber der ist doch ein Poster, Franzi. Ja, ich wusste das doch nicht. Ne. Franzi, einfach mit der 5 oder die Kuhlösung. Der muss Mini gewesen sein. Wir haben alle noch Kuhlern. Ich hab das mit dem Mini-Kuhlern nicht verstanden. Ich dachte, jede Runde hab ich aufgesagt. Warum hab ich eigentlich nur 8 Sekunden Kuhlern? Ich war voll verwirrt, dass du so schnell schießen konntest. Jeet.